Politverschwörung gegen das Volk. Van der Bellen hat nun den Regierungsauftrag nicht so, wie es in den letzten 80 Jahren war, an die stärkste Partei gegeben. Nein, so wie es geplant war von Anfang an, an Nehammer. In meinem gestrigen Video, das über 100.000 Mal angeschaut und mehrere tausend Mal in verschiedenen sozialen Medien geteilt wurde, habe ich gezeigt, dass die verschiedenen Zeitungsartikel, die gestern angeführt haben, nachweisen, dass es eine Verschwörung vom Bundespräsidenten, ÖVP, SPÖ plus NEOS gegeben hat, dass man nämlich schon mehrere Monate vor der Wahl einen genauen Plan hatte. Und das wird jetzt eins zu eins genauso umgesetzt. Der Artikel vom Wolfgang Fellner, ein Gigant im Journalismus in Österreich, hat er persönlich geschrieben, der im Juli dieses Jahres veröffentlicht wurde, hat gezeigt, dass es eine Verschwörung dieser Parteien plus dem Bundespräsidenten gegen den Wählerwillen gegeben hat. Und nun setzt sich das eins zu eins um. Heute stellt sich der sogenannte Bundespräsident, wo auch erwähnt werden muss, bei seiner ersten Wahl hat es Wahlbetrug gegeben, die Wahl musste wiederholt werden. Auch zum ersten Mal in der Geschichte Österreichs wurde wegen Wahlbetrug und dem Brechen von Wahlgesetzen eine bundesweite Wahl wiederholt. So, nur so viel zum Thema Demokratie in Österreich und wie sauber das ist. Dieser Bundespräsident, wo alle Parteien hinter ihm waren, außer der FPÖ, dieser Bundespräsident hat jetzt auch zum ersten Mal in der Geschichte nicht den Stärksten dem Regierungsauftrag gegeben, sondern dem Zweitstärksten. Das hat es noch nie gegeben. Das heißt, derjenige, bei dem Wahlbetrug, wie es ihn noch nie gegeben hat in Österreich, festgestellt wurde, wo die Wahl wiederholt wurde, das erste Mal, wo er gewählt wurde, ungültig, derjenige macht auch etwas, was das erste Mal in Österreich passiert ist, als nicht der Stärkste einen Regierungsauftrag kriegt. So ein Zufall aber auch, oder? Sehr spannend. Also aus meiner Sicht ist das Volk von oben herunter geputscht worden. Bundespräsident und Parteien haben sich verschworen gegen das Wahlergebnis. Ich halte das für nicht nur undemokratisch, sondern das ist und grenzt dann Diktatur. Wenn man in dieser Art und Weise sagt, ist uns doch egal, wie das Volk bestimmt, solange der Kickl keine 50 Prozent kriegt, machen wir hintenrum, was wir wollen. Die Lügenpresse berichtet großteils nicht drüber. Ich habe nur einen einzigen Artikel von Fellner drüber gefunden. Vielleicht hat irgendwer anders drüber geschrieben. Ich weiß, dass ich drüber geschrieben habe. Aber vom Mainstream habe ich sonst nichts bekommen. Interessant liegt es vielleicht an den 200 Millionen Euro, die vor der Wahl an die System- und Lügenpresse geflossen ist, dass da nichts rausgekommen ist. Ich fühle mich richtig verarscht. Richtig. Diese Demokratie ist am Ende. Es herrscht eine Parteidiktatur, wo sich Parteien gegen das Volk zusammenschließen. Eine Verschwörung zusammen mit dem erstmalig nicht gewählten Bundespräsidenten, der erst beim zweiten und dritten Mal dann wirklich gewählt wurde, ausgeheckt haben. Die im Hintergrund schon die ganzen Ministerien gesagt haben. Die haben schon gesagt, der Pavla kommt rein. Die haben schon gesagt, welche Ministerien da sind. Das ist alles veröffentlicht. Das ist alles eine Riesenlüge. Eine riesengroße Lüge. Den Link zu dem Video gestern mit den Quellen gebe ich euch an bei. Bitte teilt das Video. Bitte teilt auch das Video von gestern. Diese Verschwörung gegen das Wahlergebnis muss öffentlich gemacht werden. Und ich arbeite mit Nachdruck an einer Megademo für Demokratie, für die Akzeptanz vom Wahlergebnis und gegen diese Verschwörung von oben und diesen Putsch von oben gegen das Volk. Widerstand ist und bleibt Pflicht.